Hi! Einen wunderschönen Tag wünsche ich dir. Sehr schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich möchte dir heute etwas erzählen. Und zwar, wie dir vielleicht aufgefallen ist, habe ich eine neue Kappe. Das liegt aber nicht daran, dass ich mir unbedingt eine Kappe mit diesem Pfeil drauf kaufen musste. Obwohl die auch schön ist, habe sie mir ausgesucht. Aber ich habe in der letztigen oder in der gestrigen Herberge meine Kappe liegen lassen. Und ich habe es leider erst sieben Kilometer danach mitbekommen. Ich habe auch noch mein Kopftuch liegen lassen und meine Tupperdose. Ach komm, Lost Day. Alte liegen lassen, Neues, Platz für Neues. Und das ist genau der Grund, warum ich dir das jetzt heute erzähle. Und zwar, ich habe mich so dermaßen geärgert. Und wir haben überlegen, fährst du zurück, läufst du zurück, wie auch immer. Und dann dachte ich mir, nein, machst du nicht. Ich habe dann noch von einer sehr, sehr liebenvollen Herzensdame den kleinen Reminder bekommen mit... Nein, leckt mich doch allemal am Arsch. Manchmal darf man auch das einfach mal so ganz offenherzig sagen. Ich laufe jetzt nicht zurück. Ich laufe jetzt weiter und es wird etwas geben. Es wird sich irgendetwas auftun. Und ich hatte die Möglichkeit, zwei verschiedene Wege zu laufen. Der eine ging so ein bisschen steiler und der andere war ein bisschen flacher. Und ich dachte, heute habe ich keinen Bock auf den steilen. Und ein paar Minuten später kommt bei diesem flachen Weg ein Laden. Mit Kappen, mit Kopftüchern. Ja, und ein paar Meter vorher habe ich für mich gesagt, nee, fertig. Es ist okay, ich reg mich jetzt nicht auf. Es wird davon eh nicht hübscher. Und das ist genau das. Bitte. Reg dich doch nicht über Sachen auf, die passiert sind. Und das machen wir alle. Und klar, das wird auch immer wieder vorkommen. Aber irgendwo gibt es einen Punkt, wo du sagen kannst, ist in Ordnung. Es sollte jetzt sowohl sein, auch wenn wir es noch nicht ganz stecken, warum wir es halt. Aber dann irgendwann kommt der Punkt, wo wir wissen, ha, guck mal, ja. Manchmal ist es ganz schön, einfach abzuhaken. Es ist, wie es ist. Meine Kappe ist weg. Es ist, wie es ist. Punkt. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns morgen. Ciao. Dein Christian.